Hallo zusammen, ich bin Dr. Christian Behrendt und heute eines der wichtigsten Videos, die ich überhaupt zeige. Ich werde erklären, wie man einen Muskel dehnbar machen kann, damit er sich auf die ursprüngliche Länge dehnen lässt, die die Natur vorgesehen hat. Viele von euch werden schon bemerkt haben, dass man mit Dehnungsübungen an gewisse Grenzen kommt, dass ein Muskel sich einfach nicht mehr so richtig dehnen lässt. Ich habe das in einem anderen Video schon erklärt und wenn du mir erst seit kurzem folgst, dann wäre es ganz wichtig, dass du vor diesem Video das andere Video anschaust. Ich blende es hier oben ein und es ist auch unten in der Videobeschreibung noch verlinkt. Für die, die das schon gesehen haben, erkläre ich heute, wie ein Muskel sich dehnen lässt, zumindest eine der verschiedenen Möglichkeiten. Und das ist ganz wichtig, denn die meisten Menschen, die Dehnungsübungen machen, kommen mit einer Dehnungsübung in gewisse Grenzen. Und das hat etwas damit zu tun, dass der Muskel sich nur so 5 bis 12 Prozent von dem dehnen lässt, was wir ihn eigentlich gerne gedehnt hätten. Und dass der Muskel an der Stelle dann abriegelt und man nur mit sehr, sehr intensiven Dehnungsübungen dann dazu kommt, dass der Muskel hier wirklich die Dehnung zulässt und man irgendwann die ursprüngliche Muskellänge wieder erreicht. Und es gibt ein paar Tricks, wie man das umgehen kann. Und einen dieser Tricks, den verrate ich heute. Ich wiederhole nochmal ganz kurz, wir haben hier einen Muskel, der normal lang ist und nicht verkürzt durch das viele Sitzen, zum Beispiel in der Schulzeit. Und hier unten im Aufhängeapparat dieses Muskels ist ein Mechanismus verbaut. Hier sind Faserknorpel drin, die wie so Federn agieren. Und wenn der Muskel hier entspannt ist, dann führt es dazu, dass diese Federn auseinander gedrückt werden und hier unten immer eine negative Spannung ankommt. Ich habe das in meinem letzten Video schon genau erklärt. Und wenn dieser Muskel verkürzt ist, wie das hier auf diesem Bild der Fall ist, dann werden hier unten diese Aufhängeapparate in die Länge gezogen und diese Faserknorpeln, die werden zusammengedrückt. Und hier sind Rezeptoren verbaut, das heißt Spannungsmesser. Und diese Spannungsmesser melden hoch ans Gehirn, wie die Spannung dieses gesamten Muskelapparates ist. Und wenn der Muskel verkürzt ist, dann ist das in die Länge gezogen, diese Faserknorpeln sind zusammengedrückt und dann bekommt das Gehirn immer die Meldung, Achtung, dieser Muskel ist verkürzt und ist unter Spannung. Und das Gehirn wird dann immer eine Gegenspannung an den Muskel senden und der Muskel wird weiter unter Spannung bleiben, weil er glaubt, er müsse auf diese Spannung irgendwie reagieren. Das ist ja auch ein sinnvoller Mechanismus. Das heißt, wenn ein Muskel angespannt ist und diese Anspannung braucht, dann ist es ja auch wichtig, dass das Gehirn diese Spannung unterstützt. Das ist eigentlich sozusagen nochmal eine Hilfe für den Muskel, dass dieser Muskel sozusagen nicht nachlassen muss. Wenn dieser Muskel aber jetzt wirklich deutlich verkürzt ist, und das ist bei uns ja auch der Fall, vor allem auch der Hüftbeugemuskel, aber auch die Rückenmuskeln sind sehr, sehr stark verkürzt, durch das viele Sitzen eben, dann kommt dieser Mechanismus, dieser Teufelskreis nie wieder zur Ruhe. Der Muskel ist verkürzt hier unten, dieser Apparat wird zusammengebringt, es feuert ans Gehirn, das Gehirn erhöht die Spannung. Und das führt dazu, dass dieser Teufelskreis danach 5 bis 12 Prozent der Dehnung einfach abriegelt und hier nichts weiter passiert. Über die Dauer natürlich schon, wenn dann hier an diesem Muskel sehr, sehr viel gedehnt wird, kann es schon sein, dass es noch ein bisschen weiter geht. Aber es gäbe eigentlich verschiedene Mechanismen, wo man sowas unterbrechen kann. Und wie du ja selber schon sehen kannst, hier ist etwas, hier ist etwas, hier ist etwas und hier ist etwas. Also vier Möglichkeiten, an denen wir ansetzen können, vielleicht noch eine fünfte, aber ich werde eine Möglichkeit erstmal erklären und das ist eine einfache Möglichkeit und diese einfache Möglichkeit kann eigentlich jeder selber machen. Wir haben ja hier unten diesen Apparat, der hier zusammengequetscht ist und hier auseinandergezogen. Und hier sind die Spannungsrezeptoren drin und ein einfacher Mechanismus, diesen Teufelskreis zu unterbrechen, wäre, dass wir einfach dafür sorgen, dass wir das hier wieder auseinandergedrückt bekommen. Wie könnte man das machen? Ich kann ja schlecht hier dran ziehen, aber ich kann ein bisschen einen Trick anwenden. Ich kann einfach meinen Finger nehmen und hier oben auf diesen Apparat draufdrücken. Und wenn ich hier lange auf diesen Muskelansatz draufdrücke, das ist nicht die Sehne, sondern das ist nur der Ansatz ganz unten am Ende des Knochens. Ich habe es nur zur Verdeutlichung jetzt so ein bisschen in die Länge gezogen gemalt, aber es ist wirklich der Ansatz der Sehne dann am Knochen. Und wenn ich da mit meinem Finger draufdrücke, dann kann ich sozusagen hier einfach von oben diese Fasern wieder in diese Richtung drücken, was dann dazu führt, dass diese Faserknoppeln aufspringen. Das merkt man auch, wenn man lange auf einen Muskelansatz drückt, dass dann irgendwann es ein bisschen nachgibt. In dem Moment springen diese Faserknoppel auf, ziehen hier diese Acht wieder auseinander in die Länge und damit wird sozusagen unterbrochen, dass hier diese Feuerung, also dieses Signal an das Gehirn gesendet wird. Das Gehirn sagt, okay, Spannung ist weg, man muss hier sozusagen nichts weiter an den Muskel schicken und in dem Moment lässt die Spannung des Muskels nach und der Muskel lässt sich auf seine ursprüngliche Länge wieder dehnen. Das ist ein Mechanismus, der funktioniert unglaublich schnell und zwar in dem Moment, wo wir unten merken, dass sozusagen die Spannung nachlässt, dass diese Faserknoppel aufspringen, genau in dem Moment hört die Spannung sofort auf und der Muskel lässt sich sofort dehnen. Er erreicht natürlich nicht sofort die ursprüngliche Länge, das wäre schön, aber er lässt sich wesentlich besser dehnen und wir haben sozusagen dann viel, viel mehr Dehnungserfolge und das ist eines der entscheidenden Dinge in der Schmerztherapie in den nächsten Jahren wahrscheinlich, dass man hier viel mehr Wert auf die Dehnbarmachung der Muskulatur legen wird. Das war jetzt ein Mechanismus, den ich dir gezeigt habe und alle Studien, die du lesen wirst über Dehnungen zum jetzigen Zeitpunkt, die berücksichtigen alle diesen Mechanismus nicht. Es werden immer nur Dehnungen untersucht, ohne diesen hemmenden Mechanismus auszuschalten und insofern müssen hier erst viele neue Studien gemacht werden, um wirklich das hier zu beweisen und dann wird man wahrscheinlich auch sehen und feststellen, dass Dehnungsübungen, wenn der Muskel so vorbehandelt worden ist, dann wirklich zu einem Erfolg führen und wahrscheinlich auch einer der wesentlichen Schlüssel, neben vielen anderen natürlich auch, in der Schmerzbehandlung und auch in der Regeneration von Schmerzpatienten und auch in der Regeneration von Gewebe ist. Also der eine Mechanismus, den ich heute gesagt habe, von mehreren möglichen, ist auf jeden Fall hier einfach den Muskelansatz wieder hineinzudrücken, bis diese Fasernknorpel aufspringen und hier unten dafür sorgen, dass die Spannungsregulierung hier oben nicht mehr ans Gehirn gesendet wird. Ich weiß, es ist ein komplexes Thema, aber das ist absolut wichtig, das zu wissen und wenn wir Schmerzen loswerden wollen, dann müssen wir natürlich dafür sorgen, dass wir an vielen betroffenen Muskeln dieses Verfahren anwenden und dann können wir diese ganzen verkürzten Muskeln wieder auf Länge bringen und dann erreichen wir auch wirklich eine Gesundheit. Wenn Fragen dazu sind, bitte unten in die Kommentare hineinschreiben. Würde mich freuen, vielleicht wenn irgendwann mal Studien zu diesem Thema auftauchen, würde mich auch freuen, wenn du mir so unten verlinkst. Auch ich werde dafür sorgen, dass ich hier auch die aktuellen Daten dann einmal wieder präsentieren werde. Ja, wenn dir das Video gefallen hat, würde mich freuen, wenn du mir einen Daumen nach oben dalässt und wenn du meinen Kanal abonnierst. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Dein Sturft-Doc, Dr. Christian Behrend.